Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück bei Sepp dem Kreuzritter und Diablo 3 Ultimate Evil Edition mit mir, der Jörg Zockt, also auch noch Jörg genannt. Und zwar habe ich von euch via Twitter erfahren, dass man das Ganze hier eventuell sehr beschleunigen kann, unter anderem mit Rubinen in der Kopfverkleidung, würde ich gerade sagen, in dem Kopfteil, fällt bei mir hier aber leider flach, weil ich keinen Sockel habe. Egal, dafür gibt es eine andere Möglichkeit und zwar hier immer, soll man schauen in Akt 4, genau 4, ob ihr es zufälligerweise ist es hier, ist es in dem Fall schon mal nicht. Irgendwas hier Tor zur Hölle dran steht, als Kopfgeidbelohnung, weil die kann man hier, ach doch Tor zur Hölle Ebene 1, da ist es ja, Kopfgeid tötet haben wir genau dieses hier. Das kann man nämlich innerhalb einer Minute anscheinend erledigen, also machen wir das jetzt einfach mal. Ähm, genau, und dann einfach, nachdem man das eine Kopfgeld abgeschossen hat, also ich muss jetzt hier nur, genau, wie es jetzt dran steht, die zweite Ebene finden. Und dann, ähm, oh, praktisch. So. Dann natürlich, ah, perfekt, da ist auch schon der Pfeil dran. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, so, hier drin jetzt nur den Hammer töten. Und dann ist das Kopfgeld abgeschlossen, dann das Spiel verlassen, neu laden und hoffen, dass es wieder da ist. So, das geht dann natürlich, wie man sieht, razzi-fazi. Was natürlich bösgeil ist, weil dann könnte ich sogar hier eventuell, ähm, die Schwierigkeit höher stellen und somit da Erfahrungspunkte gut machen. Um das natürlich so instantmäßig mehr oder weniger auch hochzuleveln. Bam, da ist es schon abgeschlossen. Gut, jetzt habe ich ja den hier gerade mal noch einen an der Bucket. Aber den machen wir dann selbst natürlich auch gleich mit. Und so kann man natürlich ratzfatz hier die 500 Kopfgelddinger hochpushen. Die man ja haben muss für eine Trophäe. Also ich in meinem Fall zumindest. So. Dann testen wir das jetzt mal, wie oft das Ding jetzt ja gleich vorkommt. Ja, das ist ja alles eingesammelt. Da kommt nur so ein extrem langsames Viech hier. Oh nein, 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 brav. Hehehehe. Gut. Das ging ja jetzt echt flott. Kopfgeld abgeschlossen. Bonus haben wir auch gekriegt. Spiel wird gespeichert. Passt. So. Dann gehen wir jetzt hier raus. Und sagt, wieder fortführen. Dann ist man wieder hier. Und ich schaue jetzt mal die Hohen Himmel. Tor zur Hölle. Nein. Das ist jetzt was anderes. So über das Tor zur Hölle. Das wollen wir nicht. Details. Nochmal raus. Nochmal rein. Und das Ganze. Wie man sieht. Geht auch relativ zügig. Ähm. Einfach so oft wiederholen. Bis es dann da ist. Tötet Hammer. Da ist es wieder. Perfekt. Und. Same again. So. Und so natürlich. Wenn man das die ganze Zeit macht. Braucht man so 1-2 Minütchen. Äh. Pro Run. Und dann hier. Ja. Hat sich das alles schneller ledigt. Lass mal nur gucken. Wo jetzt an demnächst der Pfeil hier kommt. Wo die zweite Ebene ist. Diesmal scheint sie wieder nicht so sozial gelegen zu sein. Wie gerade eben bei dem Vorführeffekt. Äh. Ah. Da hinten ist sie aber. Okay. Das geht ja dennoch. Oh ja. Okay. Ein Spezialtyp wieder. Gut. Das heißt. Den nehmen wir mit. Dann dauert es hier jetzt doch. Ein bisschen länger. Aber man hat es ja vorher gesehen. Äh. Geht ja alles. Dennoch gewaltig zügig. Da kann man sich jetzt gar nicht beschweren. Gut. Der Hauptmacker ist schon weg. Der hier auch. Alle klar. Nur ein bisschen mehr Loot. Ab hier. Zack. Zwei D-Ebene. Wo bin ich der nächste. Krass. Ja gut. Gibt alles Zusatz-Erfahrung. Aber wenn ihr es natürlich dann genauso macht. Dann seid ihr ratzfatz hier. Keine Ahnung was für ein Level. Paragon wie auch immer. Blablabla. Lässt ihr natürlich hier super Farm ändern. Nicht genug Zauber. So. Genau. Und gerade eben war der Fall da. Genau da ist er jetzt wieder. Schöne hier durch. Da steht er. Der Hammer. Boah. Der drückt mal ein paar Schilde wieder in die Fresse. Oh. Nice. Muss mit dem Boppel liegen. Und zack. Das war das Kopfgeld. So. Perfekt. Das war das. So kommen natürlich ratzfatz hier die ganzen Sachen farmen. Ich danke. Ja. Kein Ding. Benden. Fortführen. Gucken ob es da ist. Nein. So über das Tor zur Hölle. Das ist das Falsche. Jo. Und so halt die ganze Zeit rum. Tötet Hammer. Da. Da wären wir wieder. Ah. Gucken ob es zufällig war. Ist jetzt wieder die gleiche. Ne. Ist wieder die andere. Ne. Ist die gleiche. Ne. Oder. Das war doch das hier vorher auch. Hier sind auf jeden Fall nochmal Spezialtypen. Na komm. So. Die mache ich jetzt mal alle mit hier. Einfach um da mal zu schauen was man hier noch zusätzlich kriegen könnte. Noch nicht. Nicht genug Zorn. Nur Geduld. Das ist auch. Hitzige Schließe. Hitzige Schlitze habe ich so ausgelesen. Egal. So. Batsch. Da hinten wird gleich der Hammer schon wieder angezeigt. Gut. Das geht eigentlich. Ähm. Sehr gut flott. Bäm. Hi. Ich könnte natürlich jetzt hier gerade mal. Weil hier mal auf Meister stellen. So. Nicht genug Zorn. Das will ich eben wissen. Noch nicht. So. Einmal einen imposanten Stoff bekommen. Alleklar. Ab zurück in die City. Jo. Zack. Ist jetzt hier. Genau. Schwierigkeit Meister. Ist das natürlich auch nur nicht. Äh. Moment. Kann ich jetzt hier. Oh. Ich könnte auch Qual 1 nehmen. 300% mit Erfahrung. 225. Ne. Das reicht eigentlich auch mal 225. Ich will es ja nicht gleich übertreiben. Gut. Das ist eh wieder das Falsche. Also es ist jedes Mal. Äh. Ungefähr bei jedem zweiten Mal. Wo man das hier hat. Ach. Doch nicht. Toll. Vorführeffekt. Echt. Scheiße. Jo. Gut. Dann halt nicht. Dann machen wir das halt ein paar Mal öfter. Tss. Hm. Was ist denn jetzt los? Hm. Kommen wir das jetzt hier auf der Schwierigkeitsschufe nicht mehr oder was? Hä? So wird das Tor zur Hölle. Also entweder speichert er das. Oder ich weiß auch nicht. Hä? Und es war jetzt immer nur Lack. Dass es mehr oder weniger hier so oft hintereinander kam. Durch den Hammer-Schlag. Moment. Das starte ich jetzt einfach mal. Das war eine Ebene. Okay. Ah. Wahrscheinlich heißt das jetzt so Hammer-Schlag wegen dem höhnten Schwierigkeitsgrad. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Gut. Wieder Spezial-Tüten. Na komm. Mann. Diese dämlichen Schild-Tüten. Ich benötige mehr Zorn. Nur Geduld. Na? Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Also ich würde aber dennoch behaupten, ich habe schon von der Zeit her gesehen, dass es schneller geht. Hä? Ah hier. Er kann schauen. So. Dann schauen wir mal den Hammer-Schlag an. Schreiende Reiserei. Aber die Anglussgeschwindigkeit. Auch nicht verkehrt. Nein. Ich benötige mehr Zorn. Brutaler Hüllenschläger. Gut. Also ich presse jetzt hier definitiv mehr Schaden, wie man sieht. Aber natürlich lohnt sich das auch wegen der E.P. Okay. Dann ist es hier, als er tötet Hammerschlag. Okay. Okay. Noch nicht. Bam. 67. Nice. Nice, 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 nice. Alle klar. Moment. Habe ich jetzt hier was verpasst? Ja. Aber ist auch gerade noch richtig gesehen, wenn wir wegporten. Einmal drüben Kristall. Nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Dann mal kurz mal ein Check-Up, was wir series gekriegt haben. Naja. So tolles ist nicht dabei. Oh doch hier. Die hitzige Schließe. Ja. Zwei Werte besser. Von dem her nehme ich das jetzt mal, obwohl ich da weniger Schaden mache. Aber das ist in dem Fall dann erstmal kurz egal. So. Okay. Alle klar. Dann das gleiche nochmal von vorne. Muss jetzt in dem Fall dann Tötet Hammerschlag dran stehen. Nein. Nein. Das ist aber trotzdem hier, äh, auch wenn wir es hier jetzt ein paar Mal, jetzt steht nur wieder Tötet Hammerschlag dran. Hm. Wollen wir da Schwierigkeitsgrad schon noch, ne? Ja. Meister. Okay. Aha. Also variieren die auch jedes Mal. Hm. Soll mir auch recht sein. Was bin ich jetzt? Ah, genau. So ein Wurzel da. Na komm. Ich bin jetzt noch nicht bereit. So. Au. Da ist er wieder. Der Tor. Hupp. Ja. Und jetzt wo ist er. Der Hammer. Aha. Dies war wohl eher nicht an dem Anfang. Ich bin jetzt da hinten. Ich bin jetzt da hinten. Ich bin jetzt da hinten. Naja. Dann rennen wir hier mal durch. Leidesgehend. Da ist er. Und natürlich ist es interessant. Oh hier. Die Bobbel da unten. Bis ich nur mal da hinten irgendwie hinkomme. Mein Zorn reicht auch wenig aus. Hm. Also ein bisschen knackiger ist es. Noch nicht bereit. Nicht genug Zorn. Nein. Und jetzt hier alle her. Nur Geduld. Ei, 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 ei. So. Alle klar. Das war's. 17 Minuten. Hm. Na ja. Ob das so viel schneller jetzt ist. Ja gut. Glauben natürlich die Goldsebene. 500 Kopfgeld abzuschließen. Das ist auf jeden Fall. Bitte Tamorschlag. Nice. So. Wo ist die Ebene 2? Ah, guck mal hier. Zalax, der Virulente. Noch nicht. Hm. Nein, ich komme nicht durch. Da hätten wir so ein schönes Power-Up gewesen. Nein. Da habe ich jetzt eins. Ich bin jetzt mal stehen. Hä? Nein. Scheiße. Noch nicht bereit. Hm. Nur Geduld. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Alter, hier unten hat es ja gerade schon so ein bisschen, ne? Noch nicht. Nicht genug Zorn, nur Geduld. Okay, alle klar. Ab geht's, weiter geht's. Ah, da hin. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Wieder zum Hammerschlag. Hier, die kleinen Scheiße hier. Nicht genug Zorn, nur Geduld. Ich benötige mehr Zorn, nicht genug Zorn. Nicht genug Zorn. Nicht genug Zorn. Noch nicht bereit. 士, das weine, nein. Das war es ja. Das war's ja. Das war's ja. Nehmt. Das war's ja. Jetzt climbelt. Ja. Das war's MARY. Platz da. Ups. So, ich bin mal gespannt. Zack, die Truhe haben auch schon mal freigeschalten. Geil. Und das erste Setteil, wie man das sieht, an dem grünen Rand. Geil. So, das war schon mal der Hammerschlag. Oh, das ist mittlerweile auch gar nicht auffällig hier auf der Karte. So, was haben wir da hier noch? Na toll. So, na, gehen wir mal zurück in die Stadt. Da ist es safer, schon mal 67,5 Level. Also schon über einem Level in guten 20 Minuten. Das ist, würde ich behaupten, gar nicht mehr so schlecht. So, hier haben wir das Set. Amulett. Blackthronskreuz von Duncraig. Okay. Joa, das ist besser wie meins. Nehmen wir dann schon mal das. Was brauchen wir eigentlich für ein Level? Eigentlich 60 dann, wa? Äh, hm. Steht gar nicht dran, die Stufe. Und wenn ich das jetzt einfach nochmal auswähle. Nö. Ach, doch hier, 67. Ja, okay, alles klar. Naja, aber ich mein so, das Ding hier ist auch besser. Schlechter, schlechter. Ja, okay. Haben wir denn noch was für den da? Ja, das. Joa, und das war's auch. Gut. Dann hier wieder raus. Und wieder rein. Nein. So, das Spiel muss ich dann in dem Fall da nur ein bisschen verhasst, um die vorkommen. Nein. Ja. Ja. Alle klar. Tötet Hammusschlag. Kein Spezial. Kein Spezial. Kein Spezial. Kein Spezial. Kein Spezial. Kein Spezial. Oh, Moment. Da hab ich gar was gesehen. Ich benötige mehr Zorn. Weil nicht, dass das hier besser ist. So, alle klar. Hammusschlag ist da hinten. Das war in dem Fall wieder ein schneller Run. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Nur Geduld. Hm, welch äußert der jetzt? Der richtige. Der wohl nicht. Der auch nicht. Bäm. So, und zack. Der Ball abgeschlossen. Nice. Abflug. Ja, so kann er mich ja auch hier ratzfatz, ähm, Blutsplitter farmen. Nein. Nein. Ne. Huch, da. So. Ja. So. Die, 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 die. Ach, diesmal wieder da lang. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Wobei wir natürlich, wenn wir alle mitnehmen, ne? Dann hast du natürlich noch mehr IP. Und es geht auch nicht um die Blade lang. Nicht genug Zorn. Nein. Nein. Ha. Nee. Nein. 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 Hm. Hm. Wobei. Jetzt verwirre ich es einfach mal aus. qual. abenteuer modus quest. So, Qual 1. Gut, da ich da eh nicht wusste, dass ich jetzt hier alle töten muss, weil ich die am Anfang nicht sehe, kann ich das auch gleich mitmachen. Ja gut, also den Kleinen da jetzt muss ich nicht wirklich groß drauf anprügeln. Oh shit. Bäm. Mitten rein, wieder stand mir dabei. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Nur Geduld. Nein, nicht mehr da hinten hin. Scheiße, schon mal vorbei. Nein, ist noch ein bisschen Schaden. Nur Geduld. Ich benötige mehr Zorn. Alter, Alter. Noch nicht. Hab ich es überhaupt schon ein Bauen hier und den Spezial für mich, glaube ich nicht. Noch nicht bereit. Lebensplan. Mhm. Noch nicht. Na, komm schon. Oh, Mann, 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 Mann. Okay. Nicht genug Zeit. Gut, der haut ist natürlich saftig raus. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja. Ähm. Spearmut wieder leben. So. Das ist zu heftig. Noch nicht bereit. Also das geht definitiv nicht. Schade. Egal. Meister reicht ja auch. Gibt auch gute IP. Hm. Schuh. Oh nein, wir sollen jetzt die Reparaturkosten zahlen. Nur Geduld. Ich benötige mehr Zorn. Oh, jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Noch nicht. Oh. Oh, jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Noch nicht bereit. Hm. Welcher ist er jetzt? Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Einer von denen allen war es. Ach, kurz vor 68. Da zieht sich. Aber, liegt natürlich allem. Auch die 500 Kopfgelder. Was hier von den Trophäen her, was man so jetzt allgemein schon freigeschalten hat, hier in die A4 3. Also von allen Spielern her hat es gesehen, einer da äh, oder die seltenste ist. Ich benötige mehr Zorn. Also, haben wir selbst hier die 6 Stufe 70 Charaktere, ähm, schneller. Jo, deswegen mache ich jetzt in dieser Voraussicht hier, dass ihr auch so... Äh, ja. Oh, hier. Gut, ich hatte Glück gehabt, dass ich den gerade noch so gesehen habe. Weil der muss jetzt dran bleiben. Leider. Für ihn. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Och nö, das ist doch wieder hier der Wegrenntüppi da, ne? Na. Noch nicht bereit. Ja, ist auch. Nicht genug Zorn. Aber ich glaube, der hatte doch das Legendary dabei, oder er hat ja das Z-Teilchen. Wie sieht man, ist ja unverwundbar, René. Doch ein anderer. Nur Geduld. Nachkommen. Ach, scheiß auf den einen da jetzt. So, da sind wir uns auch direkt am Homoschlag. Ich bin auch nicht bereit. Nicht genug Zorn. Geil. Wieder mit dem doppelten Schaden. Schaden. Das ist der Wahnsinn. Gut. Kopfgeld wieder fertig. Alle klar. Oh, kurz vor Level Up. guck, das ist jetzt ein Witz, oder? Ähm. Ja, das eine Level Up mach ich noch. Aber ich werde das immer probieren, dass ich zumindest hier jetzt, während ich nur das Hochlevel so auf 30 Minuten immer bleibe, bin ich zweit schon ein bisschen drüber. Aber, das Level Up fahrt sich jetzt gleich. Nee. Na. Na. Na kack jetzt ab. Ich bin überlastet. Okay. Äh. Hm. Tuh, na dann. Nochmal kurz zurück in die Stadt. Mist. So zögert sich doch noch mal alles hier. Ähm. So, hat man denn hier jetzt noch irgendwas brauchbares? Nee. Nö. Sieht nicht so aus. Nee. Alle klar. Adios, Tiny. Ich danke euch für die Herkunft. So. Jetzt aber. Weiter im Text. Ab zum Hammer. Bum 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 bum. Ah. Ja, ich habe jetzt gerade wie man gesehen hat, die ganze Zeit auf das X rumgehämmert. In der Hoffnung, dass mal irgendwann hier das Portal getriggert wird. nur Geduld. Hm, hm. Oh, dahinten ist hier noch eine verkugte Truhe. Die nehmen wir natürlich auch noch gleich mit. Mein Zorn reich dafür nicht aus. Nicht glaubt, nicht bereit. Bäm. Na komm, gib mir das Level ab. Boah. Boah. Zack. Hm. Ob ich das jetzt schaffe? Bleibt fraglich, weil ich... Ne, schaffe ich nicht. Weil ich nicht. Hm. Ne, da schauen wir nicht. Schade. Ei, ei, ei. Wir sind ja aber auch Chase Champions hier. Nicht genug Zeit. Haben die doch mit Absicht so eingenommen. Mann, Mann, Mann. Die sind immer Feuer rufen können. Das ist ein Schaden. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Na ja. So, Abflug. Studio 68. Nur noch zwei Togon. Und, ja. Das heißt, dann mache ich jetzt aber hier nochmal definitiv eine Pause. Und ob ihr natürlich freuen, wenn ihr bei den nächsten zwei Levels auch mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was. Ciao. Und, ja, wir sind ja auch. Ui, seru ist. Ui, seru ist. Ui, seru ist. Ui, seru ist. Ui, seru ist.